Na gut. Need more level. Achso, das ist ja der Handschuh, den wir gerade bekommen haben. So. Ja. Die Handschuhe ändern sich aber nicht, ne? Habe ich gerade mal so mitbekommen. Okay, weil das jetzt noch eine Quest für uns. Hier der jetzt vielleicht. Jedenfalls bouncet da sowas über seinen Kopf. Ah, mal wieder hier Text auf Englisch. Das ist natürlich auch nett. Habe ich schon mal was von den mysteriösen Pebbles gehört? Also von diesen mysteriösen Früchten oder so? Ne, habe ich noch nicht. Ähm. Okay, ich muss Big Kowanga jetzt klatschen. Das ist wahrscheinlich so ein... Oh nein, meine Buffs sind weg. Jetzt sind wir ja Shia Laa und Buff. Ja. Ich glaube mal, hier ist coole Gefährt geworden. Das war es das hier. Können wir das bestimmt auch hier runterziehen, oder? 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 Das kann ich mir ziehen, aber das kann ich mir nicht ziehen. Vielleicht muss ich noch mal runter. So, ich gehe noch mal kurz runter. So, jetzt vielleicht. Ah, perfekt. Ich mache es mir mal hier auf die... Was ist das? Ich erkenne es nicht. Ich mache es mir mal auf die Null. So, ich mache es mir jetzt mal auf die Null hier. So, zack. Wunderbar. Jetzt auf zu den Big Kowanga. Auch coole Motorengeräusche auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich hier Dieselantrieb und so. Dieselantrieb vor allem. Er läuft mit Diesel halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ui! Alter! Was für ein wilder Ritt. So. Setz und schießet. Ähm. Mal hier hoch. Kowanga, Kowanga. Wo ist der Große? Der muss wahrscheinlich da oben irgendwo sein, ha? Komme ich da hoch? Komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Sehr gut. Das ist natürlich, ähm... Fliegt ja eh. Also von daher können wir auch einfach hier solche Berge einfach beklimmen. Ah, da oben ist es schon. Sehr gut. Dann machen wir es mal hier mal weg. Können wir auch mal gleich hier die Skits verwenden. So, komm her. Komm her. Fuck, Kämpfe! So. Yeah! So. Okay, was haben wir... Können wir das eigentlich schon equipen? Aha. Self macht's. Okay, ja, ja. Gut, machen wir das. So, jetzt passt das top auch wieder mit der Hose zusammen. Wunderschön. Wunderschön ist das. Ähm. So, gehen wir wieder auf unser tolles Gefährd. Start. Dann schnell zurück ins Dorf oder so. Oder auch nicht. Achso, ich muss noch mehrere von denen klatschen. Achso. Na dann. Ja, das wäre jetzt so ein übelst krasser Boss gewesen. So. Okay. Dann nicht. Ist ja auch kein Problem. Was machen wir es ja eigentlich? Ach, das sind alles Buffs? Achso. Increase Physique Damage. Energy Damage. Okay. Okay. Das sind Buffs. Dann mache ich mir lieber so. Und für wie lange buffen die einen? Hm, hm. Steht jetzt nicht so da, oder? Sie ist gerade nicht. Fokus all your power in the first. Achso. Okay. Okay. Ja. Lesen hilft. Okay. Also die Buffs, die gelten halt bloß für einen Schlag. Zack. So, zack. Bam. Voll in die Fresse. So. Und immer schön alles aufsammeln hier. Gut. Und schon wieder das Inventor voll. Ähm. Was ist denn das hier eigentlich? Limited Use Poison Treatment. Okay, wenn man vergiftet ist. Okay, hier ist alles nur was zum Heilen. Okay. Dann geht immer noch ein. Oh, sechs Stück. Oh. Was macht denn der hier? Jetzt einfach mal auf der Vogelscheuche rum. Sehr gut. Er ist gestorben, wie er gelebt hat. Auf der Vogelscheuche. So. Oh. Schön zur Seite gesprungen. Und trotzdem noch Leck. Auch wenn wir nicht in der Stadt sind. Trotzdem noch Leck. Kann das eigentlich sein, dass sich mein Scouter ausgeschalten hat? Oder bin ich einfach bloß zu blöd? Okay. Mein Inventor ist voll. Okay. Kann ich was wegschmeißen? Ich glaube, ich muss das hier weg. Naja. Ich will mal wissen, was das hier ist. Auch als Level 6. Haben wir nicht hier noch schon welche von Level 6? Genau. Die geben 29, 28. 1000, 29. Okay. Okay. Ich glaube, man ist genau das gleiche, oder? Dasselbe. Schmeiß ich die einfach mal wieder weg hier. Was haben wir hier Schönes? Der Mechaner kann auch weg. Können wir ja eh nicht anziehen. So. Hallo? Damit suchst du es mal auf. Jetzt. Was ist denn das? Not Say, Not Trade. Okay. Unknown Item. Post 100. Wo kann ich denn das identifizieren lassen? Was ist denn das? Ah, man kann auch einfach... Ah, man kann auch einfach hier auf die Symbole klicken. Ah. Das ist natürlich praktisch. Hm, okay. Brauchen wir da gar nicht aufheben. Und hier ist nochmal so ein Energy Drink. Da ist jetzt eh weg. Ich muss nochmal gleich gucken, welchen den Scouter habe ich da jetzt... Habe ich ihn ausgeschalten, oder? Was ist denn das jetzt hier gewesen? So. Gleich nochmal. Ja, Geld nehme ich gerne. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, müsste ich ja gleich wieder den Power Level sehen, oder nicht? Boah. Leck. Anscheinend nicht. Okay, jetzt greift er ihn wieder an. Oh, zack. Geld nehme ich natürlich wieder gerne an mich. Bin ich ihn vielleicht ausgeschalten, oder so? Ah, ich hatte ihn bloß anscheinend ausgeschalten. Sehr gut. Jetzt können wir auch mal wieder zurück. So, natürlich wieder mit dem coolen Flying Jet Squirrel. Joom. Och, nee. Komm. Kann ich hier eigentlich auch schnell, wenn ich hier so klicke, so? Nee. Gut. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Was steht denn da hinten? Sind das hier irgendwelche Fracking-Agenturen oder so? Wird hier Öl gebohrt? Oder, ich weiß nicht. So. Zurück nach Kokana Village. Kokara. Tut mir leid. Ja, ich bin noch neu hier. Ich kenne mich noch nicht so aus. Ich kenne mich noch nicht. Ähm. So. Hier wieder der Springbrunnen auf Leck. King. So. Hallo. Oh. Das, äh, so weit war ich doch nicht in dich rein. Das tut mir leid. Bin ich aus Versehen ausgerutscht. Aha, 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 aha. Die sind nur zu Toto. Uh. Falsch rum. Hallo. So. Du, 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 du. Hier, Toto. Was geht da ab, man? Oh. So. So. Was hast du für uns? Nichts. Ja, gut. Dann nicht. Ist hier jemand überhaupt noch was für uns? Irgendeine Quest. Eventuell. Vielleicht. Ich müsste ja nochmal diesen Teleporter finden, ne? Wie ist der jetzt nochmal? Ja, Darts. Wo ist der denn? Der Kollege. Hallo. Wo bist du? Kann man vielleicht eigentlich auch hier so. Ah. Sieht ja nice aus. Popped Village. Ähm. Ja gut. Ähm. Hier sind wir. Kann man da auch mal ranzoomen? Aber. Nicht. Äh. 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 Gibt auf jeden Fall noch ein bisschen zu entdecken. Hier oben ist ein Ford. Kein Opel, sondern ein Ford. Guten Tag. Die sind alle hier so stark. Oh. Rezept. So. 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 Fangen wir mal hin hier. Wo geht's denn hin? Da. So. Was ist denn das? Ist das ein Fisch? Ne. So. 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 Ein bisschen von der Seite aus wie ein Fisch. Oh. Leck. Was ganz Neues. So. Aber wo jetzt der... Guck mal, der verkaufte Scouter. Tag. Das ist ja preiswert 15.000. Ja, gut. Das ist... Äh. Hm. Ja. Äh. Ach ja, ich könnte gleich mal ein paar Sachen verkaufen. Was haben wir denn hier? Ähm. Level 6. Welches Level sind wir? 3. Ja, gut. Das ist noch ein bisschen, ein bisschen entfernt. Oh, wir könnten mal... Ne, das ist auch noch ein... Das kann weg. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich sonst nicht mehr. Level 4 erst wieder. Undown Item. Ja, aber wo kann ich denn das, äh, identifizieren lassen? Das weiß ich gerade nicht. 50 EP Recovery. Ich glaube... Ich mache mal das weg. So. Äh. Eigentlich erst mal. Dankeschön. Und... Auf Wiedersehen. Park mal rückwärts aus. So. Äh. Ich könnte hier auch mal... einen... kurzen Cut machen. Und den dann suchen. Eventuell. Vielleicht. Weiß nicht. Weil ich ihn jetzt eh nicht finde. Wo ist der denn? So, muss ich hier zu... Ich könnte aber auch hier diesen Skill verwenden. Müsste ich ja eigentlich hier auch ankommen, oder nicht? Hallo? Achso, ich muss vielleicht erst mal hier von dem Ding runter. So. Vielleicht jetzt. Ah, gut. Könnte man sich auch mal teleportieren lassen. Sieht auf jeden Fall... sehr interessant aus dieser Skill. Aber eigentlich müsste ich ja dann wieder bei der Stadt rauskommen, oder? Ich habe mich ja mit diesem Stein da hinten verbunden. Wieder ein formschöner Ladebütscher. Äh, ja, genau. Hm. Hm, 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 hm. Äh. Was? Okay. Ähm. Da hat er sich einfach mal so... so einer... Maschine verwandelt. Ich denke mal, das wird dann sein, wenn man... seinen eigenen Stand aufmachen kann, oder so. Dass man sich dann in so einer Maschine dann verwandelt. Ist auf jeden Fall sehr witzig. Das sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte ich hier noch irgendeine Quest offen. Hm. Ja, 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 using teleport. Komm, du ja, da sind drin. Vielleicht ist auch das überhaupt gar kein NPC, sondern eine Stadt vielleicht. Ja, trotz. Wie hat das? Attachen. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt einfach mal hier in diese eine Stadt da noch... mal zurückfahren, fliegen, wie auch immer. Und... mach jetzt erstmal einen Cut und gucke mal, was da so abgeht. Also, bis gleich. Bye. Bis zum nächsten Mal.